So, hey und alles der Stuppen bei Investiole auch mal, wir spielen eine neue Runde Star Wars Quadrants und zwar Weltraumkampf. Ach, das ist die scheiß langweilige Map. Ähm, ich bin so tot. Was ist das denn jetzt? 30 sind schon tot, nicht nix immer noch. Level 122, der hat Level 122. Ja, alles klar. Level 133, 122 haben wir hier, wir sind alles die Newbies hier. Das ist doch noch die Map, die am langweiligsten ist. Weil da nix drauf ist. Der kam auf diese Karte. Oh, 0 zu 5, geil. 0 zu 6. Das wird ne tolle Runde. Ich vergesse ständig auf die 2 zu drücken, bevor ich anfange. Welche Tasten wollen wir mal anvisieren? Mit F, ne? Ja, gar nicht. Welche Tasten waren nochmal die Raketen? E, ne? Ja. Weißt du, ich spiele die Tastatur? Ich habe sämtliche Tasten vergessen. Das ist mir ne Tastatur jetzt ernsthaft? Ja, wo soll ich denn sonst spielen? Mit Joystick! Nee! Fuck, ich dachte doch nicht auf meine eigene Typischie schießen. Man muss mit Joystick spielen, sondern wo ich spiele, ey. Was soll das denn sonst sein? Na ehrlich! Wie steht's überhaupt? Ich hab zwei Schlüsse mit dem Tod, ey. Mein Schlüsse ist so schnell weg mit, was hat der mit ne Waffe? 011! Was ist denn hier los? Die Dippertiser, die Dippertiser ist richtig scheiße. Die kriegen immer einen einzigen Abschluss auf der Reihe, ey. Fall der fast nicht, ich bin doch nicht mal gespawnt. Ich komme zu euch, Staffel! Alter, was haben die für'n Dings drauf, ey. Ja gut, ich flieg auch scheiße, aber trotzdem. Ich bin doch noch nicht mal letzter, ey. Keine Songs! Perfilz! Da steht 0 zu 50, ich glaube wir kriegen da einen 30-0-Verlust, das hab ich glaube auch noch nie gehabt. Hab ich noch nie erlebt so was! Ja, auch nicht. Komm treff ihn, treff ihn, treff ihn, treff ihn, treff ihn! Warum treff ich den Typy nicht? Alter, 0 zu 4. Scheiße! Ich hab den fast gehabt! Was ist denn los, sag mal, ey? Aber so ist die Dingerohre für Leben der Typ noch hat? das denn 20 punkte ab wie auch immer ich die gekriegt habe das karte scheiße das kann sich ausweichen nichts ich werde mich für schaden auch der typ der mitte raus habe ich dreimal getroffen ich bin weg also habe ich noch nie erlebt so eine klatsche 0 punkte ich würde mich als echt guten pilot bezeichnen aber sowas hier keine chance habe ich ich kann alles welchen bei drei leute die da waren sind aber wir werden schon wieder das internet fast abgespielt ein einer hat über eingetötet 1 zu 30 oh wir haben tatsächlich werden punkt gemacht wer war das das habe ich noch nie erlebt so was wir haben alles gegeben wir haben gar nichts gegeben wir sind erledigt wurde mir wie gesagt hat alles gegeben ich habe gar nichts gegeben bin reingestorben raketen konnte ja das passt auf mich wurde niemand geschaffen mit raketen das war ein problem die partie war halt die scheiße guck gestanden warte mal wir hätten den einen kill gemacht wenn gar fünf tobia 1212 der einzig ja der eine war auch extrem angeschlagen hat nur acht lespunkte eingeggte aber ich habe auch nicht hingekriegt boah das war ja gerade so voll so steckt man noch nie in dem spiel was da hier passiert ist war es wieder seltsam oh nächste partie die mal läuft es aber nie besser wir machen einen flotten kampf machen wir okay zerstöre feinde direkt jetzt habe ich auf die 2 drücken nicht dass wir vergesse und warte mal da machen wir vorne ich hatte meinen morgenslichen kampf besser los was mich hier bei dem flieger stört ist dass ich nicht nach unten schauen kann was hast du was was fliegst du denn dass ich nicht nach unten schauen kann das stört mich weil ich unten immer was fehlt was ich nicht sehe was fliegst du denn dieses komische dings schiff keine ahnung wie das heißt warte mal haben wir einen erwischt heute jawoll haben wir einen erwischt ey ey der typ hat einen c3 bio kopf hängen geil gibt ja jetzt glaube ich auch baby yoda und sowas alles als deko ja wer ist das wer ist bb kenn ich nicht was hast du gerade gesagt wer ist bb ich habe die serie nie gesehen keine ahnung mandalorian habe ich nie gesehen was die musste dann holt das sofort nach ja ich bin aber kein star wars fan muss ich sagen warum drücke ich auf nachladen wenn ich voll gehalten oder auf heilen wenn ich voll gehalten es lag schon wieder so leicht das nervt und nicht vom pc sondern vom internet ja fast aber fast heißt nicht ganz das gefahrenzone was war ich denn scheiße ich muss hier weg ich muss hier weg ich habe eine ki besiegt aber ich muss trotzdem hier weg fack mir fliegt eine rakete drauf mir fliegt eine rakete drauf mir fliegt eine rakete drauf ja das war wirklich knapp ja das war wirklich knapp ich bin ja verrückt ich bin ja ich bin ja jetzt habe ich eine rakete abgewehrt ohne dass ich es wollte hättest du wohl gerne habe ich erreicht ich weiß noch nicht was ich schon gemacht habe was hätte ich denn gerne naja ein paar ich hätte vieles gerne aber das ist ja meiner das ist ja mein eigenes rückgangschiff keine gute idee so ich bin tot ich lebe ja immer noch das ist ja interessant was hießen auf mich someone else takes support wie ist das überhaupt irgendjemand support ja das problem da haben wir ja gar keinen je gar keinen spieler mehr der es angreifen kann wenn wir alles support machen wollen wir ja die ki supporten die ist halt viel zu blöd dafür für dieses spiel ja die ki zu besiegen ist auch kein ding spieler ist was anderes aaa bremsen bremsen wo sind die bremsen ich weiß ich rede schon so wie dieser typ aus freemakers aber egal oh es laggt schon wieder hör auf zu laggen spiel ich hasse es wenn du lagst das war jetzt eigene dummheit so autofight so ok b drücken das vergesse ich jedes mal ich habe keine ich habe keine dinge zu mehr ich weiß ich habe keine waffenenergie mehr ist natürlich blöd und waffenenergie kann man nicht schießen weil ich die nur mal gesagt haben ja ich bin mir so lahm ey komm ich habe schon wieder die 2 vergessen und hier nach vorne ausrichten so hat jemand gesehen alles da mein spiel leckt einfach mal komplett ja ja ich spiele wahrscheinlich so viele leute auf der konsole ich habe aber keine playstation und keine xbox und was es noch sonst so alles für eine konsolen gibt ich habe ja ich habe keine 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 ahnung was sie so besser macht was da so besser dran ist ich kenne mich mit der konsolen nicht aus ich kenne mich mit der konsolen nicht aus nein bremst 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 bre Da kann ich auch nicht besser. Ja doch, da wirst du mit besser fliegen. Kann ich dir sagen. Ist der Typ schon tot, den ich gerade besiegen wollte. Ja, ich hab mal einen getroffen, endlich. Ja, cool. Oh! Das sind Dinge, die ich nicht gesehen hab. Fuck, ich muss mal aus der Gefahrenzone mal raus. Ich häng hier den ganzen in der Gefahrenzone rum. Warum machst du das? Weil ich nicht mitbekommen hab. Zwei Raketen machen du, alles klar. Fliege mal in die Wand, ey, warum fliege ich in die Wand? Jetzt bin ich auch nicht so gut drauf hier. Hau ab, Scheiß, Rakete. Razer, komm jetzt, bitte geben sie auf. Nein. Ich hab ja gar keine Raketen. Ich hole die ganze Zeit, warum ich nicht aufschalte? Hab ja Minen dabei. Ah, Gefahrenzone ist auch nicht gut. Nein, das war voll doof. Ich bin klar, Kurz hat gestorben. Das war ganz dumm. Das hätte ich was anderes machen müssen. Jetzt geh kaputt, du Scheißschiff. Jetzt fliege ich auch dahin. Ey, ich wollte den anderen hinterherjagen. Aber nö, das war ein dummer Fehler. Oh, Scheiße, ich bin so dumm. Ich bin wieder in den Antrieb reingeflogen. Was würdet ihr bloß ohne mich? Aber ich hab, ich leb... Ah, ich leb da auch nicht. Ich muss mir das echt abgewöhnen, mitten in den Antrieb rein zu fliehen. Ich schicke eine Korrektur, die euch helfen, die Verteidigung zu erreichen. Toll. Ach Gott, jetzt... Wo sind die Spieler? Oh, ich muss B drücken. Ich vergesse das jedes Mal. Follow the Corvette. Wo ist die Corvette? Das ist für das Schiff, das hier verteilt. Was das angreift. Da sind die Spieler, aber... Ich meine, der kann nicht mich fallen, aber... Ich bin nicht weit und breit. Gingen irgendwie alle hier rum. So. Okay, ich komm schon. Dann kommen wir still wieder da. Nein, fuck, schnell, Scheiße. Ja, fuck. Elimitiert mir durch, Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Er hat mich erwischt. Er hat mich gewischt. Ja, wahrscheinlich hat er irgendeinen Namen, den er nicht anzeigen kann durch viel. Ich hab mich zu spät gesehen, ey, deswegen hat er mich auch erwischt. Das gefällt mir nicht, sowas. Wir kommen! Uh, wir fliegen mal nach hinten. Wir haben ihren Kreuzer fast ausgeschaltet. Also, dass Fragezeichen. Er war tot. Also, ausgefragezeichnet. 3, 2, 1, 1, ich fliege mir viel zu dicht ran, scheiße was ist denn das da oben, wo ist das KI, oah, ich wusste es ich fliege da einmal hin und schieße mich direkt fünf Raketen ab ich bin jetzt voll reingeflogen wir können die Rakete mal abhauen, endlich nein, wir können ich habe ja keine Energie mehr aua, was hieß es auf mich? der Typ ich wollte mich zerstören ich habe nichts gemacht alle Energie auf die vorderen Schilder jawoll jetzt können wir auf den Sternzerstörer erstmal rauf ich bin ziemlich tot so äh, ja es wird sehr sinnvoll, die Energie auf die vorderen Schilde zu setzen und dann rückwärts so war er eben gegen der Feuerkrieg ich habe noch erwischt ich habe noch erwischt, ich habe mich dafür erwischt und lassen von ihm, aber ich war halt ziemlich schwach und habe ja nur zwei Schüsse gebraucht war ja schon weg, war kein ich wurde schon intermarkiert ich war noch nicht der erste Abschluss, ich mach hier etwas 10 zu 4, die Kote geht doch wieder runter vielleicht sollte ich doch mal auf die hinteren Schilde gehen und nicht nur auf die vorderen ja mein WLAN lag mal wieder, woran liegt das? weil ich auf dem falschen Router aufgeschaltet bin, alles klar wo ist eine andere überhaupt, ist weg geil mein zweiter Router ist weg, ja ist egal ok, wir stehen fast schon wieder im Dings ja, rückzug, toll fuck, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg ich muss weg ich bin ja auch nicht dahin, wo sind, ich muss erstmal die Bremse finden was war das jetzt von mir? ja ach komm schon hab ich zu spät die Minen in den Minenlohren losgeschickt ich habe die falsche Tasten gehabt für die Minen, ach man ach, hätte mir mal was ersparen, hätten wir den Tod ersparen können und darum zu denken ja, der Anfang nimmt ganz gut das läuft wieder alles wie immer noch ist ja nichts verkackt ja, aber ich spiel ja scheiße zu weh, zu selten spiel ich das ich spiel auch nur einmal die Woche ich soll es lassen mit dem Multiplayer spielen, na herrlich ich spiel auch nur einmal die Woche die Kiste eingestellt nein, 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 nicht wieder in den Antrieb reinfliegen nicht wieder den gleichen Fehler machen wir haben es schon oft genug gemacht allein heute so, hochhallen geht dieses blöde Schiff endlich mal kaputt? ja, ich mache schon wieder den gleichen Fehler, man sieht jetzt sollte ich auch nicht ständig stehen bleiben das war geil, ich habe mit einem ok und ich wurde von der KI besiegt das muss man auch einmal schaffen so auch passieren ok das muss man ja was mit von der Angreifen hier ich kenne das Dürer ach, das ist natürlich da vorne, oh Gott ich dachte, wir verkacken ich fliege dich wieder zusammen jawohl spieler besiegt 5 Punkte ok warum drücke ich denn auf R? ach scheiße, warum fliege ich direkt auf ihn zu das ist auch eine doofe Frage warum hat er eigentlich Schilder zu sagen? nein, das ist ein Teiljäger ne, das ist ein Teilchiff für das Supportchiff das hat er irgendwie aus irgendwelchen Gründen Schilder naja, war wahr, hätte ich eh nicht gewischt was ist denn heute beim WLAN schon wieder los ich hasste dieses scheiß Ding weiß ich was damit los ist ich meine, ich spiele nicht über WLAN das ist nicht das Problem, aber fand ich dann schon wieder kaputt ist hier ich meine, der Verstärker ist ständig kaputt, das ist klar ja Deutschland eben das Internet ist für uns alle Neuland ich weiß nicht, ob du das kennst komm, den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir den kriegen wir, den kriegen wir den kriegen wir, den kriegen wir bremsen, 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 wo sind die bremsen so, die Rakete auch mal wieder ab den kriegen wir, den kriegen wir den kriege ich ja, da weg ich hab nur den SIS bekommen scheiße ich glaub, das sagt Tara, dass ich den besiegt hab ich glaub, ich hab den ja wissen äh, shit, ich sollte vielleicht mal da weg gehen sonst haben wir gleich wieder einen Rückstand wo ist die hinteren Stilte da? einmal kurz auf die hinteren die Schilder hast auch nicht mehr die Schilder hast auch nicht mehr gebraucht die Schilder hast auch nicht mehr gebraucht die Schilder hast auch nicht mehr gebraucht ich schalt sogar noch auf die hinteren Schilder und werd trotzdem getroffen vielleicht kann auch G drücken, ne? dann kann ich das Spiel beobachten auch nicht schlecht 13-7 so oh Gott, da ist ja Dankeschön, was war das denn jetzt gerade? so war das ein Internetfehler oder war das so im Spiel was? it's not the bug, it's a feature sagen wir mal so okay pilot ich hab nichts gemacht ich bin stehen geblieben das Schiff ist in mich reingeflogen das Schiff ist in mich reingeflogen nicht ich bin ins Schiff reingeflogen das Schiff ist in mich reingeflogen so lange so lange kann es aber nicht mehr dauern wir sind ja schon relativ dicht beieinander hier so wo ist dieses blöde Schiff das mich gerade kaputt gehauen hat? weg! ah ne genau über uns das Schiff müssen wir kriegen hm haben wir auch erwisst jawohl das haut uns nämlich den Sternenzerstörer weg wie sonst was das Spiel kannst du mal aufhören zu laggen? eklig ja ich bin eh gleich tot ich mein krachter wäre manchmal so ekelhaft linker Schild zerstört das ist nicht gut bei uns nein 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 für den angriff da sollte man geholfen zur wechselung die vorangefühlte das ist das problem da ist ein typ der wie konnte ich den übersehen der stand direkt vor mir wenn ich jetzt sterbe dann ist das eigenverschulden ich kann dann auch durch dummheit er wusste denn jetzt die tasse zum nachfüllen drücken das teilte direkt vor uns ich mein wie ist hier gerade ein bisschen beschlossen gut geht da wirklich den bach runter klick volle möhre auf den sternzerstörer drauf alles klar aber spiel beobachten wir mitzuschauen ich habe ich sie gerade so zerstört ne es war der andere immer härter mit geholfen ok jetzt sind wir wieder hinten scheiße das sieht gerade noch mal fast verstört gut da ich bin auf dem weg das ist mein schiff ja das sieht doch nicht gut aus wo bin ich gerade reingeflogen was war das denn ja ich bin auch reingeflogen irgendwas reingeflogen was ich da war ok was aber das jetzt gerade war ist auch nicht schlecht los ich kann mich noch nicht heilen das ist scheiße meine waffe ist auch leer ok jetzt kann ich mich heilen ein glück das schiff ist doch sowas von kaputt was bereit machen für den kampf wir haben wieder genug punkte das ist schon mal gut das ist nicht gut ok wir haben zuerst hier ein schild das ist schon mal gut das ist nicht gut das ist gut das ist gut das ist gut alles wir müssen mich nicht aber was schießt wo drauf das war ich nicht überhaupt egal trotzdem bams haben ein paar geschütze weggeräumt da sind noch ein fregatter davor fack ich hänge im traktor strahl hat wie komme ich aus dem traktor strahl raus muss auf eins gehen und so ne ja ich schilde mal ganz auf nach hinten setzen was nichts bringt da ich trotzdem abgeschossen wird wie dann kann ich gerade nichts anfangen das ist komplett irgendwie ausgegangen aktuell haben wir noch die guten karten oder kann sich auch schnell in der andere ich bin gerade mal drei meter geflogen stehe der typ dem c3 pio kopf die schilder wieder hoch bringen so scheiße steht haben wir zu spät gesehen dass mir eine rakete auf mich schießt hätte ich so noch ein bisschen können die lage doch ich krieg den typ nicht mal zerstört außer uns ist auch fast kaputt unsere mc 75 jetzt muss ich zehn sekunden warten beobachte ich jetzt das spiel die schilder sind schon mal aus wo hinter uns ach das sind ja unsere aber wo schieße ich denn hin na scheiße na kein glück heute naja gestern wäre es eigentlich klar gewesen aber heute abgeschirmt ok platzierungsspiel 5 von 10 9 von 10 was passiert die 10 von 10 ab da wirst du geplatziert in irgendeiner liga bist du einsortiert glaube ich keine ahnung erreich ich vielleicht in fünf monaten oder so vielleicht erreichst du gar nicht weil ich mal wieder zurück ist ins wunder zu sein naja erreich ich vielleicht in so zehn jahren vielleicht grüßen ok aber jetzt mal wieder was normales ja ach das ist diese behinderte karte ok hey hast du ihn fällt jagen wir mal wieder ein paar rebellen abschäume naja im deck ist doch hier besser klar mal gucken da muss ich häufiger spielen aber hier besser ich hab die gappen drauf jetzt wird die steuerung nicht so beschissen das gefühl dass sich der besser lenkt als der rebeck kann natürlich auch sein dass es ein bildung ist was legt denn das jetzt hier schon wieder so oh gott ich kann ich nicht mal ordentlich raketen ausweichen weil ich sonst irgendwo gegen fliegt verdammt ich hab den felsen getroffen lot ich bin grad im felsen gelandet wegen meinem krein irgendwas ist auch kaputt meinen raums boah was leckt denn das spiel jetzt hier so ich hin die ganze Zeit her genau ich f- ich bin einfach gegen den felsen geflogen Geh weg da! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Zieh nicht durch auf dieser Map Autsch! Wehgetan! Position? Was ist denn das mit diesen Lags heute? Du brauchst den besten PC! Das ist nicht der PC, das ist das Internet Was mich hier die ganze Zeit rein lenkt Aber ein Stecker blinkt Ich guck einmal zum Stecker und zack Will ich gegen den Felsen Der blinkt doch überhaupt gar nicht Augen auf im Flugverkehr Ja! Ich kann mich noch nicht mehr heilen Toll ich hab noch 47 Leben Ich hab bisher noch keinen einzigen getroffen Hab's nur einen erwischt aber nur einen Autsch! Die ganze Zeit mit dem einen da her Das ist die Scheiße! Volle Möhre in die Mine reingeflogen Doch schlechter hätt's gar nicht gehen können Nein! Scheiße! Aber ich hab schon 40 Minuten Eigentlich muss ich schon mal Irgendjemand getroffen haben Okay Ja 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 Da hab ich doch ja Wissen ganz irgendwie hinterher geflogen dem Typen Ey Da ist er Ah Ah Es hat ein bisschen umgedreht Ey So ne Scheiße Ist grad wie ein anderer jetzt im Ziel hatte Frack Jetzt trifft diese Saud noch endlich Nein Nicht das Ding Nein Bremsen Bremsen Okay Speed aufnehmen Ich werd die ganze Zeit verfolgt Ich war Ah Ja Ja Alter Ah Was ist denn hier los Sagen wir heute Das Spiel ist so scheiße Ja Ich spiel grad auch scheiße Ich Ich treff einfach gar nichts Keine Sorge Ich bin da Hab ich warum schon irgendeinen Kill gehabt? Heute nur Pleiten ey Aber sind die gar nicht so gut hier Wird ne tolle Folge Aber einer wüsste endlich mal wieder Zack zack So Wird das spannende Folge heute Nicht Ja Spannende Ding In der Frage ob wir mal was gewinnen Ich wusste echt nicht Man Man Wollt ihr an Muss ich mal jetzt erledigen ey Meine lexion erteilen Okay Jetzt werde ich sitzen Ja Ich bin doch auch sauer Wo bist du denn mein Kollege da war Da ist er Man geht meistens nicht gut wenn man jemanden jagen will aber Jetzt hat sich der Typ selbst umgebracht dass ich den Kill nicht krieg Ah Nütz Kriege ich aber jetzt zumindest nen Assist oder sowas Ah scheiße Okay Wieso hat er mich erwischt mit was hat er mich jetzt erwischt Womit hat er mich jetzt erwischt Womit hat er mich jetzt erwischt nochmal Hä Hab ich nix gesehen Was war das denn jetzt Womit hat er mich erwischt Stellfreiheit mich gerade Hat er den doch nie Keine Wiederholung Der hat wiederholung auch nix gesehen Das irritiert mich Wie auch Warum treff ich denn heute nix Ja ich hab nen Kill endlich Ich brauch wirklich mal Zeit Na toll Keines Jungs hier Mann was ich bin heute nix Gut Ah ich glaub ich muss morgen nochmal an Assessen einlegen glaub ich Wie ich besser werde Ich bin letzter ey geil Naja ich bin zuerst aber ich bin auch nie gut Ich hab's ein Kill so 615 Punkte ich hab grad mal 200 Punkte was hab ich das denn gemacht Weil ich nichts treffe hier Es ist vielleicht Ich bin wie so ein Vollbongo Ja nehmen wir den jetzt Nein Ich hasse es in GSF und ich hasse es hier wenn sie entgegen kommen Ich bin hinter dem und die Minen, ich hab zwar die Minen, die war aber weit weg von mir, die hätte mich gar nicht treffen dürfen. Ich bin nämlich vorbeigeflogen an der Mine, das verstehe ich nicht, dieses Spiel. Die Hitbox ist auch scheiße ey, da hast du nen großen Kreis für die Mine und rühlt vorbei und trotzdem, er bist für dich, also herrlich, das ist so ein Witz hier. Das ist halt eine tolle Folge. Ich hab's nicht so drauf heute. Ich hab's nicht so drauf heute, um dir da zu sagen. Wär's gestern gewesen, hätt's mich nicht gewundert, aber heute? Kill Assist. Wo ich nicht mal geschossen hab. Kann sein, ich bin bei Rakete getroffen, aber... Alles klar. Viel zu sehr am Strugglen hier. Viel zu sehr am Strugglen heute. Na, verlieben wir auch. Autsch. Wieso treff ich den nicht? Wieso geht der nicht kaputt? Wieso darf ich... Ach, die haben alle Auto, ey, mir, die ganzen Konsolspieler. Verdammt. Ja toll. Wir haben ja noch nen Kill gemacht. So. Was für ein Quatsch ist das hier, ey, ich spiel, ey. Äh, es ist einfach Schicksal. Heute, äh... Tag zu vergessen. Drei Part, die noch keiner als die gewonnen ist, und echt... Fächte Quote. Ja, das muss ich schade für uns auch. Ja, toll, aber kein getötet, oder was? Verarsch mich nicht, ich scheißspiel. Ach Gott. Aufstieg. Kriegen wir jetzt aber auch nichts, so. Keine Rekord, so gut, das hat mich jetzt auch gewundert. Ja, da gibt er mir Minusrekorde, ne? Die haben mir aber nicht angezeigt. Ja. So, was jetzt? Ja, nochmal, ne? Vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, ganz schön, weil er her ist, wo es wirklich Leute gab, die ständig nur darauf gewartet haben, dass ich in die Runde komme, sich dann immer vor das Spawndings hingestellt habe, um mich dann mit fünf Leuten zu besiegen. Jedes Mal. So, wir haben keinen einzigen Bomber dabei. Fängt immer gut an. Das ist ne schlechterer Voraussetzung, in meinen Augen. Das hier war übrigens die Map, die ich mal innerhalb von, glaube ich, zwei Minuten gewonnen habe. Ja, dann zeig mir mal, was du kannst. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ausreden, zeig mir, was du kannst, wie es geht. Zeig mir, wie es geht. Zeig mir, wie es geht. Ich weiß nicht warum, die Map veränder mich total an Kessel. Ja, ey, geh. Pilotenfehler, was habe ich denn gemacht? Der Typ hat mich abgeschossen, was waren das für Pilotenfehler? Was ist das für ein Betrug jetzt hier? Jetzt mal, da schaue ich mir meinen eigenen Stream nochmal gleich nochmal an. Wie macht das? Warum, warum war das ein Pilotenfehler, der Typ hab ich doch abgeschossen? Ich meine, eigentlich ist es gut, weil dann hat der Typ keinen Kill gekriegt, aber... Macht trotzdem keinen Sinn. Gute Arbeit. Okay, wir sind schon mal direkt relativ gute Karten. Was für ein Ratvierte? Das ist mal fies, ey. Ich weiß, dass niemand eine Kunde eine Zeit gehabt für eine Raketen, um auszuweichen. Ich war so schnell bei mir und konnte nicht mehr darauf reagieren, ey. Das war echt übel. Gut, dass ich die Rakete auf mein eigenes Schiff schieße. Warum machst du das? Weil das im Weg war. Ja, wir haben genug Probleme, ey. Das willst du gewinnen, ey. Machst du nicht nur fairer. Ich weiß aber nicht, ob das zählt eigentlich. Ob die jetzt auch als Schaden anrechnen. Wenn man aufs eigene Schiff schiebt. Ich weiß nicht. Oder zielt oder was weiß ich was. Ich will's nicht testen müssen. Ich will's jetzt auch nicht ausprobieren. Die Kill Assist. Okay, vielleicht sollte ich nicht so offensiv auf die Fregatten gehen. Komm mal her, ja. Vielleicht sollte ich auf die Spieler rauf gehen. Ja, hab ich auch mal an Wagen. Die KI bringt ja nicht so viel. Ja, Punkte für den Spieler, ja. Ich hasse euch Raketen. Haut ab, scheiß Raketen. Haut ab, scheiß Raketen. Ich will den Typen angreifen. Ich darf nicht den Mahlstrom, wollt ich sagen. In diesen Nebel rein. Komm ich jetzt auf Mahlstrom. Weiß ich nicht. Bei Kessel würde es Mahlstrom heißen. Aber hier? Ich weiß nicht, ob das auch so heißt. Ich weiß nicht, wie das hier heißt. Das ist ja der Abyss. Ist ja der Abyss. Der Abgrund. Dieses Schiff macht den Korsair Flug in weniger als 14 Parsecs. 12. Ja. Naja. So gut war der Film auch nicht. So gut, aber die Stelle fand ich tatsächlich sogar ein bisschen witzig. Die Stelle war auch geil. Das hat mir nachher dann. Das hat mich nicht. Ja, Pilotenfehler. Ich bin hier wirklich reingeflogen. Ich bin wirklich gegen den Wrack geflogen. Jetzt. Haltet ihre Jäger auf. Bis vor sich unseren Kreuzern zu nahe kommen. Komm hier nicht voran her. Was ist denn das? Heute ist der Wurm drin. Oh, jetzt fängt das Spiel wieder an zu weg in dir. Rückzug, oh toll. Jetzt bin ich gerade da. Die verloren, ja weil ich mich umgedreht habe. Lass dich abschießen, dann bist du bald wieder da. Dann bist du hier. So, ich muss jetzt vielleicht mal dran denken auf die Waffen zu gehen, statt auf die Triebwerke. Problem ist aber nicht arschlangsam, aber ist egal. Aber dafür mache ich deutlich mehr Schaden. Hör auf zu laggen. Ja, mein Killassist. Treffe ich mit diesen scheiß Raketen überhaupt irgendwas? Ja toll, ich flieg voll gegen die Brücke. Ja, die Brücke fliegen, das bringt dem Spiel aber nichts. Das geht nur im vierten Film. Ähm, sechsten Film meine ich. Mit dem wir auf die Brücke springen. Ja. Da reinfliegen und dann explodieren. Ja. Das geht dem Spiel nicht. Ich filme es irgendwann auch mal wieder gucken. Aber wie gut, dass ich alle Filme auf meinem USB-Stick drauf habe. Aber nur ausgewählte Filme, ne? Nicht alle. Oder alle. Ich habe alle die, die ich aus dem Fernsehen aufgenommen habe. Da findest du alle gut. Alle Teile. Ja, was mache ich denn für den Müll? Ich meine, haben tue ich sowieso. Aber mittlerweile gibt es ja sowieso auf Disney Plus. Aber die, die im Fernsehen liefen, habe ich sogar auf dem USB-Stick drauf. Habe ich alle abgefilmt. Oh, ne gute Taktik, wenn man keinen Bock hat, Disney Plus zu bezahlen, dann kauft man sich das einmal für einen Monat, filmt alles ab und dann hat man es dauerhaft. Aha. Das geht. Ich kann es alles abfüllen. Ja, gut. Ich will dich holen. Am PC geht das alles. Stimmt. Ja. Am PC einfach machen dann ein Aufnahmeprogramm, starten, den Film abspielen lassen und nebenbei aufnehmen. Ja, da kann ich mir auch gleich die... Aber da kann ich mir auch gleich einen Blue-Way-Reprooter laden, ne? Ja. Das war eine KI, die ich da gejagt habe, so ne Scheiße. Aber bei den Overwatch schon jetzt, die musst du ja über Disney Plus gucken. Kann man ja nirgendwo anders sehen. Aber wie spiele ich denn heute? Ja, toll. Ich muss sogar, weil ich die KI besiegt, auch nicht schlecht. Ja, ich habe immer eine KI für den Spieler gehalten, aber viel schlimmer. Komm der Da kannst du doch selbst nicht! Wir haben einen Raider Tello! Die Frikate ist angeschlagen. Machen Sie fertig die Fahnen Oh, komm schon Ich schieße auf eine Rakete nicht mehr sonst wohin, nur nicht dahin wo ich hinschießen muss und dann fliege ich in die Gefahrenzone und werde wieder durch die KI besiegt Ach, jetzt bin ich im Nebel gelandet, deswegen bin ich eigentlich nicht gestorben Gut, er war erst mal im Nebel und dann ging Asturin im Nebel geflogen Hab ich nicht gesehen, ja, plötzlich war er da Bitter, 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 ist das schlecht hier Du schaffst den Kassalflug eben nicht in weniger als 20 Parsecs Ich hab's aber noch nie probiert Wer's nicht kennt, das ist ne Szene aus dem Han Solo Film Ist das nicht aus Episode 4, sogar dieses Zitat? Ne, das war was anderes Das war der Teil, wo die ja durch den Mahlstrom da durchfliegen Ja, Solo ist das, ja genau Aber der Zitat von wegen kommt doch aus Episode 4 Von wegen, man hat nie vom Rasenfalken gehört Ja, das war was anderes, die teilweise gerade gesagt haben Ja, auch keine Ahnung Ich hab gerade gesagt, du schaffst den A-Strupp noch nicht in Scheiße, was mach ich denn jetzt, wenn Müll Ist ja egal Der Typ bestunt mich Weil er mich voll in die Gefahrenzone Und dann werde ich auch noch abgeschossen Gut, dass die Kamera auf der falschen Seite ist Und es nicht zeigt Ich brauch mal das Spiel beobachten Das sieht mir besser aus Wenn ich jetzt hier im Dings bin Lass sie unseren Kreuzer nicht zerstören Lass sie unseren Kreuzer nicht zerstören Bill wurde außer Gefäck Ich seh nichts, das Schiftenweg Hops Ah, ich weiß, ich wusste niemand, dass du ein Kilwarsi-Verräter bist, aber noch nicht auf mich hieß Hops, Mensch Hops Wir haben einen leichten Kreuzer verloren Hops Scheiße Okay, die Korvette ist weg Der Heinz hat mich im Visier Aber ich hab's halt irgendwie nicht so mit dem Treffen, ne? Der hat mich außer der Fecht gesetzt Der Neige scharf Hops 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 Kanted Hops ich werde die ganze Zeit durch die KI besiegt ja aber das war aber entsprechend ein Buskampfschiff muss auch mal mich zurückziehen also das habe ich auch leck gehabt hier was war das denn gegnerische Fregatte vernichtet also er wisst na geil mir ist einfach gerade alles abgestürzt ich habe einfach alles abgestürzt also ich hasse ja es gibt gerade einen schwarzen Bildschirm ich weiß ok weil das Spiel gerade ewig braucht zum Laden der will schon kommt gleich wieder wenn ich das Spiel entschließ doch wieder weiter ich hoffe jetzt hat er mein Screen nicht gesplittet hat er bestimmt gemacht ich weiß es nicht da hab ich ein paar ja bis hier ha 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 so ich glaube mein Steam hat sich gerade auch verabschiedet oder ist der noch da ja EA schön Spiel erneut beitreten so Spiel erneut beitreten ja das wir ich das war was das war vom spieler ich dachte das große platz leider nicht leider habe ich mich da voll drauf versteuft auf den scheiße blöd ich habe ja einen vorteil aber ist eigentlich du bist wieder da sehe ich gerade ich habe den nicht erwischt ich habe ihn nicht erwischt die rakete hat auch abgeschossen oder so das heißt ach fertig wenn man wlan richtig fuchs wird er sich sehen können ob der jetzt gleich Ich bin gleich Verhaftet ich jetzt oder hinterher wissen ja was Wir waren so zu zweit oder? Ach das war ja doof Wollte ich die clever umspielen Aber das war ja voll doof von mir Ich bin unterwegs zu euch Mann 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 All heisst gott Wann uns zu zweit? Will das mal weg? direkt neben mir Keine Chance Hat er Keine Chance gegen zwei Hefehl wo ihr das Auto eben nie spielt Voll krass ich habe das gefühl ab keines die schilder unseres die schilder sind hin naaaann komm schon wir haben ganz schön die ermittlerschaft gezogen wir haben ganz schön erwischt haben sie uns ich habe eine Rakete, ich bin außer Gefäßt jetzt kann ich nicht wirklich funktionieren, dafür spiele ich grad voll gut also gut na da bist du ja wieder lief krass, muss auch mal gut jetzt häng ich im scheiß Traktorstrahl, ey kacke ich frag ich muss driften, wo ist denn die Drift-Taste da? dann kann ich das ja drauf gehabt ja ach, mc75 ja ja, 70 zu 10, naja ja ok, Raider ist weg natürlich auch darauf, auf die Idee, dass man da durch kann so ach Gott, das ist doch blöd das ist doch blöd, ey wir sind schon wieder weit ich dachte grad, das wäre eine Wiederholung scheiß nein, bremsen wo sind die bremsen? ach komm schon, ich dreh mich einmal im Kreis und zack, werde ich schon wieder weggehauen hier ok, mein Stream am Teppel ist mal wieder gestoppt ich kann den Chat nicht mitlesen ich kann die trotzdem nicht mitlesen selbst wenn da was geschrieben wird ach so, ich dachte da wird was geschrieben hat er so viele Leute auf dem Discord äh vielleicht wird auch was geschrieben die ganze Zeit geschrieben und denken sie alle so, aber beantworte ich nicht die Antwort ist weil mein W da nicht funktioniert ja ja, es ist ja früher würde das nicht passieren ich könnte jetzt natürlich auch schnell in der Sequenz hier den Chat aufmachen aber nee, da müsste ich wieder ewig suchen bei YouTube scheiß Studio ok, wir haben ein neues Schiff grad gekriegt ich bin mir grade so aufgefallen so, ich muss mal echt daran denken auf die Waffen zu gehen statt auf die Triebwerke vielleicht bin ich da auch besser nein, jetzt hat er mich gestunnt flieg du scheiß Teil aber nicht in den Mahlstrom rein, sondern da hin ich sag jetzt einfach Mahlstrom dazu ist mir egal, auch wenn es wahrscheinlich nicht der Mahlstrom ist den kriegen wir, den kriegen wir den kriegen wir den kriegen wir da kam ich jetzt kaum war kaum aus dem IMP wieder raus, ey da hatte ich war nicht schon tot da hatte ich keine Chance mehr was zu machen naja, 18 zu 12 naja der hat ne gute Kurse hier einträchtig zu 14? ne, ich auch ok jetzt bin ich wütend ach, ne wütend bin ich nicht mein Kollege meine Kollegin hier ich spiele auch scheiße ne wütend bin ich nicht äh fuck, das ist ein Felsen und kein Schiff gut gemacht aber ich würde Thomas Hopps hier weghauen Zielerfassung zerstört jetzt versucht er mich auszutricksen, ne? fuck, ich darf doch nicht so stehen bleiben das bringt doch nichts dann hauen die mich doch erst recht weg was, wir haben mal gewonnen wie erwartet ja, ich habe es nicht erwartet deinen Platz gefunden habe ich ich habe einen Errungstab freigeschaltet nein, mal hin ist das hier ich soll das vorher auch noch mal schauen was habe ich denn vorhin überhaupt freigeschaltet welche Taste waren das noch mal ah, hier Erfolge hier das muss ich mal rausgehen die Spielserie nein, mal hin, das mal hingelegt hingebracht hier ja, 6 von 10 ok Platzierungsspiel habe ich auch grab geschlossen Level Up gibt es auch ich habe sogar noch einen Rekord erditten der Stumm-Schiff-Raum-Schale und Trenn-Müßig und dem 1. Sieg des Tages habe ich auch erreicht ey, cool 1. Sieg des Tages 1. Sieg des Tages so, gehen wir raus wie geil so, wie ist es aus ich schaste mal das ich habe gedrückt 19 zu 9, 4, 12 naja ach ja Lieblingskarte wieder hast du Rühnfeld oah ja jetzt war schon zu scheiße gespielt dann wollen wir mal dann wollen wir mal dann wollen wir mal ich muss echt aufhören nebenbei irgendwas anderes zu zocken ja aber dafür bietet das Spiel nicht genug langzeit Motivation ne ich habe keinen Bock über die Ladebücher hier rumzusitzen ja gibt es auch zu viele Spieler mit Leine für sowas hier hey, warum hat der Typ gerade einen Ausrufezeigen über seinen Kopf gehabt? was heißt das? ist das irgendwo eine Legende oder sowas? sowas bräuchte ich in dem Spiel auch mal sonst so eine Liste wo einfach nur drin steht was welche Zeichen bedeuten ja gibt es das irgendwo? weiß ich nicht ja ja voll rakete voll daneben geschossen also noch schlechter hätte ich gar nicht schießen können ja ja nein das kann doch nicht wahr sein hier ja das war ja auch lustig ich bin jetzt durch in der Stream wie ich jetzt quasi ohne um 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 autd nim reit Ε m den Finger von der Tastatur zu nehmen, während ich gerade gegen den Asteroiden fliege. Äh, wo bist du, bist du, bist du, bist du, wo bist du denn? Wo ist der Typ denn? Zu schnell. Ich schieße doch gefühlt jede Rakete vorbei, also. Komm schon. Noch bin ich am Leben, ja, aber nicht mehr lange, wenn ich auch voll gegen die Asteroiden fliege. Komm, ich hau jetzt noch ein bisschen Speed rein, das ist ekelhaft hier. Sollte das ja noch eine Stunde. Oder 10 Sekunden, denn dann bin ich tot. BWAMS! Kämpfer Natur habe ich erreicht. Was soll man eigentlich gemacht habe? Wahrscheinlich bestimmt die Anzeigen gegen den Miss... Bremsen, Bremsen, wo sind die Bremsen? Der Spruch wird langsam alt. Das Bremspedal, ne? Es fehlt im Raumschiff. Das Bremspedal. Was weiß ich nicht, was war das? Das Bremspedal! Hahaha, genau. Für alle die Sprüche nicht kennt das ist aus Lego Star Wars Freemaker. da fliegen die da landen die so oft takodana und fliegen fast gegen ein anderes schiff beim landen ja wie können sie es bloß wagen wo sind der scheiß gegner nämlich die ganze abschieße ich sehe den nicht so immer nur ist es hier ich darf keine die ganze im kreis empfinde gegner nicht gleich kotzen die alle also also doch wie heißt der typ kurz abo kunz abo kunz abo ja kurz abo gelesen genau das gibt es das gibt es auf youtube ständig das kurz abo wo gibt es auf youtube ja halt das kurz abo kurz abonnieren und dann wieder abonnieren das ist das kurz abo weil beim disco server gibt es eher das kurz scheuen ja kurz scheuen und wieder wieder lieben welches ziel denn wo ist das ziel da hinten wo wo ist denn jetzt hier die tasse zu nein ich bin nicht in den chat ich bin nicht in den chat du willst mir jetzt eine ausrufe zeigen was heißt das da bin ich voll reingeflogen was wäre der markiert ne der eine wurde wahrscheinlich markiert das ist das der typ ist von uns der diese ausrufe zeigt das wurde nach so der ganze anweisung glaube ich einfach irgendwie l drücken oder so ist und dann kommt irgendwie eine liste und die wo alle möglichen symbole erklärt sind mal kann ich nicht die schon im spiel die handbuch oder so handbuch im jahr 229 das wäre ja früher gab es ja noch eine cd packung drin aber es gibt ja keine cd vor dem spiel zumindest nicht auf pc auf ps4 schon ja glaube ich pc gibt so einen origin code oder steam code eben je nachdem was man sich halt kauft ich wusste ja origin code wegen je nachdem ich hatte mir auf sie vorbestellt da wurde mir die vorbestellung storniert halt von dem keyshop wo ich das halt bestellt hatte ich hatte ja von EA direkt den code gekriegt wurde in meinen e mails ein ernst als spam erkannt deswegen hab ich den code erstmal gar nicht gefunden ja komm schon ja gut aber wer schickt einem schon per e mail einfach mal so einen code zu ja das ist schon ein bisschen komisch könnte ja spam sein aber in dem fall war es ja kein spam scheiße wo fliege ich denn hin du kriegst keine du wirst nicht repariert konfiziere repariere und recycle was das ist für mich immer so aus als würden die masturin verschwinden ja da also du bist ja noch im typ hab ich gar nicht gesehen warum schieß ich mich einfach den ab weil ich ihn nicht treffe deswegen ich denke mal das schlitz im buch heißt beschützen da gehe ich jetzt mal von aus ja das ist ein spannendes spiel immerhin haben wir es doch 18.19 oh gott aber nur aus die minuten nicht dass uns irgendwann noch die zeit ausgeht ja das wird wahrscheinlich passieren weil ich ständig irgendwo gegen hier steht das kurze abo ja er hat mich ja so erwischt er hat mich ja mal erwischen können er hat mir helfen können gegen den bremsen wieder start ah wieder bremsen leh auf ja toll ja scheiße vor dass ich auch natürlich das kurze abo besiegt wir haben zwei punkte vorsprung das gefällt mir nicht mir gefällt es auch nicht in mir bin vierter oder das gefällt mir auch nicht Ja, ich bin hier, weit weg vom Geschehen So, kurz Abo, das Du wirst mir Heimzahlen Funktion Ist hier kein anderer da in der Nähe, verdammter Mist Nein, jetzt kommt da wieder so eine scheiß Rakete, ey, ich könnte kotzen Akku fast leer, ja toll Ich glaube, ich sollte nicht stehen bleiben Nur 44 Leben Ich darf nicht so weit an das Ding ranfliegen, sonst zählt er das wieder als Treffer Oh, jetzt heilt sich der Typ auch noch hoch Kann ich mich auch mal wieder wieder hoch heilen? Nein, kann ich nicht, ich bin gegen den Felsen Ich kann mich heilen, juhu Ich werde abgeschossen Werder, wir müssen mal ein bisschen zulegen hier Leider legen die zu, wie es aussieht Ja Nein, dieser, verdammt Wie konnte er mich hinterher mich setzen, ey Wenn wir noch zweimal sterben und dann sind wir weg Ich glaubten wir nicht Ich sag niemals nie Einmal sterben Wir kommen nicht mehr zum Zuge Ah Du was Nur ein, nur ein Sieg, nur ein Sieg, ey Ja gut Nur ein Sieg in fünf Spielen Also kurz gesagt, kurze Zusammenfassung Nichts gebacken bekommen heute Ne, heute war echt ein Katastrophentag Bitter So Ja, keine einzige Medaille gekriegt, was ist das denn? Ne, Hauptsache ein bisschen gelevelt, ne? Naja 13 bin ich mittlerweile Ach guck mal, das früher Treffer mit Sekundärwaffen Dann hab ich einen neuen Rekord, wow So, ich geh mal kurz hier zurück Wirklich beenden Ja, will ich Guck ich mal, was das für ein Erfolg war, den ich gerade gekriegt hab Das kann ich sogar eigentlich im Ladebildschirm machen, ne? Im Weltraum, 50 Sterne, die jetzt zerstört Naja Immerhin etwas Na gut Ich will so ein Nassort gewesen sein, ne? Dann Du bist keine Ahnung wann Ja, du bist irgendwann Ja, ich sag auch mal an alle Nächste Woche Ja, bis irgendwann mal wieder Wenn, wenn das noch jemand spielt, bis dahin Hoffe ich mal Ja, man sieht ja, viele Leute sind sowas nicht mehr im Gange Naja Ich sag dir, stell auch mal an alle meine Zuschauer Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß daran Denkt an Kommentare, Bewertungen und auch an die Glocke Damit ihr wisst, wann um die Sorte geht Ich denke daran zu folgen auf Twitter, Facebook und dem Discord-Server Zum quatschen, kennenlernen, Spaß haben, mitmachmichspielmitgestalten Alles klickt in der Videobeschreibung Und ich sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal Alles klickt in der Videobeschreibung Ab in den Moment Absch就趣 Aber das가 söndet Kurz